Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Excel-Tutorial. Heute geht es nochmal um die Pivot-Tabellen und ich habe hier wieder den gleichen Datensatz. Das ist jetzt wieder dieser Superstore von Tableau. Ganz einfach deswegen, weil der ist schön groß mit 10.000 Zeilen und hat auch einige seine Informationen, die man dann nutzen kann. Also, was wir tun wollen ist, wir möchten hier eine Pivot-Tabelle erzeugen und ich möchte euch noch ein bisschen zeigen, wie man damit auch wirklich sehr schnell Daten auswerten kann. Und das Ganze auch ein bisschen formatieren kann, so wie man das gerne hätte. Das ist auch als Antwort zu sehen auf Kommentare von euch zum letzten Pivot-Tabellen-Video. Also vielen Dank dafür und ich möchte mal zeigen, was man hier so machen kann, was ich vielleicht das letzte Mal auch noch nicht gezeigt habe. Also, wir klicken irgendwo in unsere Tabelle in eine Zelle, ist egal welche, und gehen dann bei Einfügen hier oben auf die Pivot-Tabelle oder eben der Pivot-Table. Ich klicke da mal drauf und dann entsprechend habe ich hier meine Tabellen-Auswahl. Ihr könnt das Ganze testen, aber ich sehe hier, das ist schon richtig ausgewählt mit Tabelle 71 bei mir. Und dann neues Arbeitsblatt, das ist auch okay, weil ich möchte das Ganze ja nicht in dasselbe Arbeitsblatt reinschreiben, sondern ein neues. Also klicke ich auf OK und lasse das also Standard, die Einstellungen, und habe dann auch hier schon meine Schablone und hier entsprechend all meine Felder. Das sind ja die Spaltennamen. Und jetzt sagen wir einfach mal, naja, wir haben ja hier Jahre und Quartale und wir haben Kennzahlen wie zum Beispiel den Gewinn. Na, das lasst uns mal den Gewinn vielleicht auswerten. Ich gehe einfach mal auf Jahre und ich hätte ganz gerne neben den Jahren hier auch die Quartale. Dann habe ich so eine gewisse Hierarchie hier drin. Und ich zoome auch mal ein bisschen rein, dann sehen wir das noch ein bisschen besser. So, ah, gut. Jetzt habe ich jedes Jahr und das Quartal. Und jetzt interessiert mich beispielsweise mein Gewinn. Wie ist denn der verteilt? Was war besonders gut? Welche Jahre, welche Quartale waren besonders gut? So was zum Beispiel. Ich klicke mal da drauf und sehe jetzt hier entsprechend, okay, das ist also der Umsatz hier entsprechend für meinen, Entschuldigung, der Gewinn hier entsprechend für meine Quartale, den ich hier sehe. Den ich mir auch so quasi, zum Beispiel, ich kann hier das Ganze aufklappen und zuklappen, wenn ich möchte, ja, bleibt der mir überlassen, wie ich das darstellen will. Soweit so gut. Ihr könnt auch in die Entwurfsansicht hier reingehen. Das hatten wir ja schon das letzte Mal. Da gibt es noch weitere Optionen, wie zum Beispiel, möchtet ihr denn diese Teilergebnisse anzeigen, also Gruppen unten oder nicht, zum Beispiel oben anzeigen, dann hätten wir eben die Summe hier oben noch drin, automatisch schon, wenn man das machen möchte. Ich lasse das aber jetzt mal raus. So, okay. Das Erste ist, ich habe ja die Möglichkeit, das zu formatieren. Ja, also aktuell sieht das so aus, aber ich kann natürlich in den Bereich nehmen, und das kennt ihr eins zu eins, ja, also wenn man da in die Formatierungsoptionen reingeht, hier entsprechend bei Zellen formatieren, kann man hier alles direkt in eine Währung formatieren und dann sagen, was ihr haben möchtet. Beispielsweise hier zwei Nachkommastellen, anstatt drei oder vier, die wir hier haben, und auf OK klicken, dann haben wir das Ganze noch ein bisschen schöner formatiert, direkt in Euro schon. Ja, kann man ohne Probleme tun. Was auch interessant ist, ist vielleicht nicht nur, okay, wie hoch ist denn der absolute Gewinn in dem Quartal gewesen, sondern wie hoch ist der Gewinn pro Transaktion, und zwar im Durchschnitt. Dann könnten wir den Gewinn nochmal nehmen und nochmal in die Werte reinziehen. Standardmäßig heißt er jetzt Summe von Gewinn 2 hier oben, und es ist wieder genau das Gleiche, auch schon formatiert, aber zum einen möchte ich nicht die Summe, das heißt, ich klicke hier auf den kleinen Pfeil bei den Wertfeldeinstellungen und sage hier entsprechend, ich möchte den Mittelwert haben, weil ich möchte den durchschnittlichen Gewinn pro Transaktion für das Jahr und das Quartal, und dann können wir hier auch den benutzt definierten Namen ändern. Also ihr könnt hier irgendwas anders eingeben, hier zum Beispiel, das ist nicht der Mittelwert von Gewinn, sondern das ist der durchschnittliche Gewinn, so was zum Beispiel. Ich mache auf OK, und jetzt haben wir hier entsprechend den Namen definiert und sehen auch die Werte. Den Namen kann man auch anders ändern, wenn man beispielsweise einfach hier reinklickt und sagen, das ist einfach die Summe Gewinn, wenn wir das einfach so ändern. So, können wir auch tun, haben den Namen jetzt hier auch geändert. Der ändert sich dann auch hier, ich wollte nur zeigen, ihr könnt das an verschiedenen Stellen hier machen. Gut, was wir auch tun können, ist die bedingte Formatierung hier drauf anwenden. Es könnte ja sein, ihr habt eine Pivot-Tabelle, die im Wesentlichen schon die Daten aggregiert darstellt, das ist auch gut so, und wir wissen ja auch, dass wir, wenn wir hier entsprechend noch verschiedene Elemente, wie beispielsweise die Länder hier in den Filter reinziehen, haben wir zusätzlich noch hier die Option, das zu filtern hier oben, oder aber eben mit den Datenschnitten zu arbeiten, das ist im letzten Video gewesen, die ich persönlich bevorzuge, weil sie ein bisschen besser aussehen als die Filter, aber wir können das natürlich uns dynamisch zusammenfiltern. Aber es kann trotzdem oftmals hilfreich sein, wenn wir das Ganze noch ein bisschen visueller darstellen. Also beispielsweise, was ist denn eigentlich der höchste Umsatz, oder hier in dem Fall Gewinn für die Quartale? Das sieht man vielleicht nicht immer, gerade wenn die Zahlen näher beieinander liegen. Also hier sehe ich sofort 34.000, okay, aber vielleicht weiß ich so nicht. Oder vielleicht möchte ich das über diesen gesamten Bereich sehen. Kann ja auch für den Durchschnitt gelten, wo die Zahlen etwas kleiner sind. Dann hilft uns die bedingte Formatierung, die in Pivot-Tabellen genauso verfügbar ist. Also ihr müsst ja bloß den, wenn ich einfach mal nur eine Zelle markiere, das will ich vielleicht auch mal schnell zeigen, kann ich auf Start gehen, bedingte Formatierung, und jetzt nehme ich einfach eine Standardregel. Und zwar, Regel für die obersten, und dann sage ich die obersten 10 Elemente, und sage jetzt einfach, statt 10 hätte ich gerne nur 1. So, und dann kann ich das ausfüllen, beispielsweise in einer grünen Farbe. Könnt natürlich auch hier benutzt definiertes Format nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal ein Standardformat hier. Da wir jetzt nur eine Zelle markiert haben, ist die natürlich grün. Aber bei den Pivot-Tabellen, und das ist das, was ich hier zeigen wollte, habt ihr dieses kleine Symbol hier, die Formatierungsoption. Und da könnt ihr reinklicken und könnt ihr dann sagen, möchte ich das nur auf die markierte Zelle anwenden? Dann, auf alle Zellen mit den Werten, wenn ich das anklicke, habe ich das hier unten markiert, weil das hier mit dabei ist. Oder aber, das ist immer noch hier oben, möchte ich das auf alle Zellen mit der Summe Gewinn von Werten für Quartale anwenden. Wenn ich das entsprechend auswähle, dann hätte ich jetzt diese 44.000 hier, in dieser Spalte, weil das eben der höchste Wert ist, über alle Quartale hinweg. Und wenn das die bedingte Formatierung ist, die ich haben möchte, dann hätte ich die jetzt eben hier auch noch mit drin. Und damit hätte ich hier auch noch gehighlighted, was entsprechend eben das beste Quartal war. Über alle Jahre. Und dasselbe kann ich natürlich für den Durchschnittlichen machen. Wenn ich das Ganze ein bisschen flexibler haben möchte, dann könnte ich auch sagen, naja, ich möchte das vielleicht jetzt nicht über alles sehen, sondern ich möchte eigentlich für jedes Jahr innerhalb der Quartale den höchsten Wert herausheben. Wäre ja auch eine Option. Dann würde ich das so machen, dass ich jetzt nochmal schnell auf zurückgehe und die Formatierung nochmal rausnehme. Und dann markiere ich einfach den Bereich, den ich haben will, also den Standardbereich, den wir kennen, nämlich diese vier hier. Und sage dann eben bedingte Formatierung und oberste, ja oberste 10. Und in dem Fall wähle ich wieder nur einen Wert aus, also den obersten, weil der hier. Und dann nehme ich wieder die Farbe, die mir gefällt. Nehme jetzt wieder diese grüne Farbe. Klicke auf OK und hätte das damit entsprechend nur für den Bereich hier definiert. Ja, jetzt ist es natürlich so, jetzt kann ich das gleiche hier machen und hier machen und hier machen, dann hätte ich es eben viermal. Das wäre möglich. Ich könnte aber auch, um das Ganze vielleicht ein bisschen zu beschleunigen, werde ich das Ganze jetzt folgendermaßen machen. Und zwar, ich nehme das Ganze und sage dann einfach Format übertragen. Kennt ihr bestimmt auch. Kann ich da draufklicken. Und dann kann ich mir eben den nächsten Bereich auswählen. So. Und den nächsten Bereich. So. Und den nächsten Bereich. So. Und dann geht es aus meiner Sicht zumindest ein bisschen schneller. Und damit habe ich auch entsprechend hier die höchsten Werte jetzt markiert, aber entsprechend eben für letztendlich jedes Jahr einzeln. Und das kann ich jetzt natürlich übertragen. Auch hier weiter auf den durchschnittlichen Gewinn funktioniert der analog dazu. Also können wir das auch schnell mal schnell tun. Sehen wir das hier. Nehmen wir die hier. Sehen wir es hier. Nehmen wir die hier. Sehen wir es hier. Da haben wir einen Unterschied. Also hier zum Beispiel, obwohl das Quartal 1 in der gesamten Gewinnsumme kleiner war als das Vierte, war der durchschnittliche Gewinn zumindest höher. Und dann vielleicht auch noch hier. Da haben wir das nämlich hier auch noch. Ansonsten ist es ja überall anscheinend gleich. Aber auch das wäre ja wieder eine Erkenntnis, die wir dann relativ schnell hier rausziehen können. Vor allem eben nochmal durch die farbliche Hervorhebung. Also auch wenn die grüne Farbe euch jetzt vielleicht nicht gefällt, ihr könnt das ja formatieren wie ihr wollt, aber das entsprechend wird das Ganze eben noch ein bisschen einfacher gestalten. Gerade wenn man entsprechend größere Tabellen hat, dann kann man das eben sehr, sehr schnell hier sehen. Gut, das war es jetzt mal zu dem zweiten Pivot-Tabellen-Video. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, Fragen habt, Wünsche habt, dann bitte gerne in die Kommentare. Ich kann nicht versprechen, dass ich alles sofort umsetze, aber ich lese es auf jeden Fall. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Und ansonsten bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Alles Gute.